Zwei Starter, das ist Piotr Mosner, der Vora, und Falk Arnold. Und Piotr hier mit der 56, hängt ein bisschen hinterher, Falk Arnold, Espoch. Ein bisschen Espoch. Na klar, wenn du da hochkommst, komm hoch, Tavi. So, die nächsten Mal gibt's Jerry Cox, Nieser Schuster, Ivan Gentsch, Erik Meikert, Florian Dieke und Willis Rülich. Vielen Dank. Danke.